Männer und Frauen, in unserer Mitte ist die große Freude, ein Bekenntnis, das von zwei Männern ausgesprochen wird, ein Bekenntnis, das eine Million Menschen hier hören. In unserer Mitte fühlen wir seelischen und leiblichen Substanzen und Werten. DJ Adi sagt es laut, sage das was sich uns keiner traut. In unserer Mitte fühlen wir seelischen. Die Männer liebten sich so sehr und wollten sich bald taten, sie kannten sich und immerhin schon über eine Periode von fünf Jahren. DJ Adi sagt es laut, sage das was sich uns keiner traut. In unserer Mitte fühlen wir seelischen. Das ganze war kein absoluter Hohn, man erwartete auch nicht der Lohn. Die starke Liebe muss endlich heraus. Über unsere beiden Völker hinaus. Die Männer wollten niemanden stören, aber... Dass eine Million Menschen hier hören. Alle sollten wissen, wie sehr sie sich gegenseitig lieben, ehren und schützen lassen. Eigentlich sie ihn retten und ganz Europa sein müssten. DJ Adi sagt es laut, sage das was sich uns keiner traut. In unserer Mitte fühlen wir den Lohn. Ihre Liebe fühlen wir die Triebe. Ein Bekenntnis, das von zwei Männern ausgesprochen wird. Führte bald zum großen Glück. DJ Adi sagt es laut, sage das was sich uns keiner traut. In unserer Mitte fühlen wir die Triebe. DJ Adi sagt es laut, sage das was sich keiner traut. In unserer Mitte fühlen wir die Triebe.